Unser letztes Video, was online ging, dieses hier, vor zwei Tagen, 23-jährige Beamte geht all in Bitcoin. Und da habe ich ja gesagt, dass ich Bitcoin ziemlich kritisch sehe und dass Bitcoin für mich eine Spekulation ist und dass ich relativ wenig bis keine Use Cases sehe. Heute hat Bitcoin keinen Use Case. Das muss man halt wissen. So, jetzt habe ich gesagt, Bitcoin hat nahezu keine Use Cases. Da würde ich auch sogar dabei bleiben. Einer der größten Finanz-YouTuber im gesamten Dachraum bezeichnet Bitcoin als nutzlos. Finanzfluss mit über 1,2 Millionen Abonnenten hat sich auf seinem Zwei-Kanal mehrfach zu Bitcoin geäußert und in zwei Videos unabhängig voneinander beteuert, dass Bitcoin keinen Use Case hat und somit nutzlos ist. Selbstverständlich werde ich heute hier meinen Senf dazugeben und euch aufklären, warum das absoluter Schwachsinn ist und überhaupt gar keinen Sinn macht. Das ist aber überhaupt noch nicht alles. Denn was wir heute bei unserer Recherche zu Finanzfluss gefunden haben, das haut euch die Spucke weg. Eins kann ich euch sagen an der Stelle. Bei der Wahl eures Finanz-YouTubers passt auf jeden Fall auf. Jo, mit dem ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Wie ihr dem Intro bereits entnehmen konntet, hat sich der Finanz-YouTuber Finanzfluss mehrfach über Bitcoin geäußert und das sehr negativ. Das Interessante dabei ist aber, er sagt selbst, er hält zwar Bitcoin, hält das Ganze aber für sehr spekulativ. Die Hauptaussage, auf die ich aber eingehen möchte, die bestätigte er in einem zweiten Video noch einmal und sagt, Bitcoin hat keinen Use Case. Was nichts anderes bedeutet als, Bitcoin ist heute nutzlos. Aber ist das wirklich so? Ist Bitcoin wirklich nutzlos? Und wenn jemand Bitcoin als nutzlos bezeichnet, warum hält er dann Bitcoin? Rein aus Spekulation, dass später einmal mehr Leute Bitcoin kaufen wollen? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, für mich ist es an der Stelle unerklärlich, wie ein Finanz-YouTuber gerade mit der Reichweite und auch einer soliden Ausbildung so etwas sagen kann. Wurde hier einfach der Keynesianismus so stark gelehrt und eindoktriniert, dass man hier nicht mehr rational denken kann? Wenn wir uns den Kaufkraftverlust des US-Dollars, der Weltreserve-Währung anschauen, dann sind wir ungefähr bei noch 3% seit der Aufzeichnung, seit ungefähr 1910. Seit 1971 sind es ungefähr 87% Kaufkraftverlust. Also an der Stelle nicht zu sehen, dass Bitcoin eben eine Lösung gegen das korrupte Geldsystem darstellen kann, das finde ich schon sehr verblüffend. Ich habe mir mal die Use Cases, die Bitcoin aktuell erfüllt, aufgeschrieben. Und natürlich hat die Entwertung der Weltreserve-Währung des US-Dollars und die unendliche Ausweitung der Geldmenge etwas damit zu tun. Erstens, Bitcoin ist ein zensurresistentes, transparentes, dezentrales, Peer-to-Peer-Zahlungsnetzwerk. Das gibt es alles bis jetzt noch nicht. Es gibt kein volltransparentes Zahlungsnetzwerk, es gibt kein dezentrales, Peer-to-Peer-Zahlungsnetzwerk und es gibt auch kein zensurresistentes Zahlungsnetzwerk. Also habe ich bereits in diesem einen Satz drei Nutzen von Bitcoin erwähnt, die heute schon am Start sind. Also wie kann jemand sagen, Bitcoin hat keinen Use Case? Noch einmal, Bitcoin ist ein zensurresistentes, transparentes, dezentrales, Peer-to-Peer-Zahlungsnetzwerk. Auch von der innovativen Seite her hat Bitcoin in der Informatik etwas gelöst, was vorher nicht gelöst werden konnte. Und zwar das Double Spend Problem. Also wir haben hier bereits in wenigen Sekunden erklärt, was Bitcoin für einen Nutzen hat. Punkt Nummer zwei, die Unabhängigkeit von der Zentralbank. Wie wir vorhin gesehen haben, die Entwertung des US-Dollar raubt euch die Kaufkraft. Ihr könnt immer weniger kaufen, weil alle auf der Welt vom US-Dollar, der Weltreserve-Währung abhängig sind. Wir sind alle nur Lemminge der Zentralbank, der Federal Reserve, der Vereinigten Staaten von Amerika und den USA selbst. Geld kontrolliert die Welt und solange wir diese Kontrolle nicht wieder selbst übernehmen, können wir nichts dagegen tun. Mit der Geldmenge passiert irgendetwas. Gibt es eine Krise, wird mehr Geld gedruckt. Gibt es keine Krise, whatever, wird trotzdem mehr Geld gedruckt. Wen interessiert es? Die können ja einfach drucken. Bei Bitcoin ist das nicht möglich. Bitcoin ist zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit ein Geld, wo die Inflation oder die Stock-to-Flow-Ratio zu jedem Zeitpunkt gegeben ist. Egal ob in der Vergangenheit, in der Gegenwart, in der Zukunft, in 10 Jahren, 20 Jahren, 100 Jahren. Wir wissen genau, wie hoch die Inflation ist. Wir wissen genau, wie hoch die Ausweitung der Geldmenge sein wird. So etwas gibt es nicht und so etwas gab es noch nie. Das muss einem einfach klar werden. Also alleine die konstante Geldpolitik von Bitcoin ist ein weiterer Nutzen von Bitcoin. Das ist der Use Case. Wir haben ein Geld, wo wir genau wissen, wie die Ausweitung der Geldmenge in der Zukunft sein wird. Und wir können uns den Zentralbanken in dem Sinne entziehen, dass wir wieder Verantwortung für unser eigenes Geld übernehmen können. Und nicht abhängig sind vom Herausgeber des Geldes, der Zentralbank und auch den Geschäftsbanken, die immer an jeder Transaktion profitieren. Wir brauchen diese Dritten nicht. Wir haben Geld wieder in unserer eigenen Hand. Wie kann jemand sagen, das hat keinen Nutzen? Und Punkt Nummer 3. Also ja, wir können den Bitcoin Kaufkraft in die Zukunft transportieren. Klar müssen wir an der Stelle realistisch bleiben. Bitcoin gibt es noch nicht so lange. Und die Zukunft von Bitcoin, die ist nicht so gewiss, wie viele vielleicht denken. Ob es zu Weltreservewährung wird oder nicht, das steht noch in den Sternen. Aber zu sagen, Bitcoin hat keinen Nutzen, das zeugt definitiv von Inkompetenz. Dann aber noch selber Bitcoin zu halten, das ist komplett verwirrt. In meinen Augen. Und jetzt kommen wir aber zum interessantesten Punkt in meinen Augen, hier auf diesem YouTube-Kanal. Und noch einmal Leute, bitte passt auf, wem das ihr folgt und auf wen das ihr hört. Und an der Stelle tauchen wir ganz kurz in die Shitcoin-Welt ein. Ich glaube, ihr habt es damals alle mitbekommen. Ermittlungen. BaFin nimmt Kryptoanbieter CakeDeFi des Unternehmers Julian Hosp ins Visier. Für die, die es nicht mitbekommen haben, Julian Hosp, damals auch Co-Founder von Tenex. Das Projekt komplett abgestürzt. Also absoluter Rockpull-Investoren haben fast alles verloren. Einmal zu versagen beim Versuch, eigenes Geld aus dem Nichts zu drucken, reicht offensichtlich aber nicht. Dann wurde die Cake Group gegründet mit der DeFi-Chain. Die DeFi-Chain auch absoluter Absturz. Da gibt es zahlreiche News und es wird immer schlechter. Der Decentralized Stablecoin. Decentralized. Es ist nicht Decentralized Stablecoin. Er ist nicht stabil. Der bei einem Dollar traden sollte. Er hat nie wirklich bei einem Dollar getradet. Aktuell noch bei 11 Cent. Dann haben wir hier diverse Berichte über Layoffs. Also dass Mitarbeiter entlassen wurden, weil es nicht mehr so gut läuft. Dann haben wir hier Dispute zwischen den Co-Foundern. Also zwischen Usin und Julian Hosp. Und Usin geht jetzt sogar vor Gericht, um die Firma, die Cake Group, zu liquidieren. Also es sieht wirklich nicht gut aus. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück zum Finanzfluss. Wenn ich nämlich auf seine Webseite gehe und mir Erfahrungen über Cake DeFi durchlese, dann glaubt ihr es kaum. Aber auf der Seite von Finanzfluss, der vorhin Bitcoin als nutzlos bezeichnet hat, also dass Bitcoin keine Use Cases hat, wirbt hier quasi noch mit Kundenerfahrungen auf der Seite Finanzfluss.de für Cake DeFi. Zum aktuellen Zeitpunkt liegen uns 40 Cake DeFi Erfahrungen vor. Von den Bewertungen sind 90% positiv, 3% neutral und 8% negativ. Auf einer Sterneskala von 1 bis 5 ergibt das eine durchschnittliche Bewertung von 4,5 aus 5, was als sehr gut eingestuft werden kann. Ja Leute, ich glaube da wisst ihr Bescheid. Natürlich kann man jetzt argumentieren, dass die Bewertungen nicht von Finanzfluss oder seinem Team geschrieben worden sind. Aber es ist auf ihrer Webseite ersichtlich. Sie tragen die Verantwortung dafür. Also zum einen wird gesagt, Bitcoin ist nutzlos, Bitcoin hat keinen Use Case. Ich halte zwar Bitcoin, aber einfach aus spekulativen Gründen, was irgendwie keinen Sinn macht, weil sonst müsste man ja bei jeder Spekulation dabei sein, was er ja auch nicht ist. Also irgendetwas muss er ja in Bitcoin sehen. Und anstatt über Bitcoin korrekt zu berichten und aufzuklären, über unser Geldsystem vielleicht, wird auf der Seite Finanzfluss.de Cake DeFi empfohlen. Ja das war es aber auch für das heutige etwas kontroversere Video. Gerne könnt ihr mir eure Kommentare unten da lassen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe wir sehen uns alle im nächsten Video. Bis dann.